The Other Side, Teil 2 Was machst du hier? fragte er aufrichtig überrascht. Es war eine gute Frage. Draco wusste keine Antwort. Aber es war zu spät, um es sich anders zu überlegen. Er öffnete die Tür und trat ein. Ein unangenehmer Geruch empfing ihn. In dieser Zelle war vor nicht allzu langer Zeit etwas gestorben. Oder jemand. Vorsichtig stellte er die Flasche auf den Boden und begutachtete Potters Wunden aus einem angemessenen Abstand. Nichts lebensbedrohliches, aber der lilane Bluterguss auf seiner Wange sah schmerzhaft aus. Er griff nach seinem Stab und richtete ihn auf die Verletzung. Er war gut darin. Mutter hatte darauf bestanden, dass er zusätzlichen Unterricht in Heilmagie nahm. Letztes Jahr war es ihm wie eine Zeitverschwendung vorgekommen. Jetzt war er dankbar. Potters Reaktion nach zu urteilen, hätte er etwas sagen sollen. Angst, Potter? Er verfluchte sich selbst. Potter wartete auf seine Hinrichtung. Natürlich hatte er Angst, wenn ein Todesser wortlos einen Stab auf ihn richtete. Ich tue dir nicht weh, fügte er in einem sanfteren Tonfall hinzu. Warum hast du gezögert? Du wusstest, dass ich es bin. Konnte Potter nicht einfach still sein? Draco half ihm, heilte langsam jeden verdammten blauen Fleck in seinem Gesicht und anstatt sich dankbar zu zeigen, versuchte Potter ihn zu verhören. Warum glaubte Draco, dass er ein paar Manieren lernen würde, nur weil er an eine Wand gekettet war? Ohne diese Narbe bist du gar nicht so leicht zu erkennen. Es spielte keine Rolle. Potter war gefangen, der dunkle Lord würde gewinnen und er konnte nichts tun, aus einem letzten Akt der Freundlichkeit anzubieten, um die reumütigen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Lügner. Etwas perfekt Konstruiertes zerbrach in Draco, als Potter sein Kinn hob und ihn mit der Wahrheit konfrontierte, die er so lange geleugnet hatte. Was willst du hören? Dass ich es bereue, mich ihnen angeschlossen zu haben, dass ich nicht das Monster bin, für das du mich hältst, und dass ich mich nicht wirklich darauf freue, deiner Leiche beim Verrotten zuzusehen? Draco kicherte, was schnell in ein unkontrolliertes Lachen überging. Er war wirklich wahnsinnig geworden, nicht wahr? Vielleicht lag es in der Familie. All die Emotionen, die er monatelang in sich aufgestaut hatte, brachen hervor, sogar seine Augen wurden wässrig, und Draco stellte entsetzt fest, dass er weinte. Potter öffnete immer wieder den Mund, es kamen keine Worte heraus. Ach toll, jetzt wusste Potter auch, dass er den Verstand verlor. Ich glaube nicht, dass du ein Monster bist. Du bist nur nicht gut darin, richtige Entscheidungen zu treffen, sagte Potter und brach das unangenehme Schweigen. Danke. In einem schwachen Moment lehnte Draco sich näher. Zu nah, er spürte Potters heißen Atem auf seinem Gesicht, aber Dracos Aufmerksamkeit galt den schweren Ketten um seine Handgelenke. Sie waren alt, und der abgesplitterte Stahl schnitt in seine Haut. Draco hob seinen Stab und sie verschwanden. Potter hatte recht. Aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Konsequenzen seines Handelns nachzudenken. Es gab schon genug Reue in seinem Leben. Verschwinde, sagte Draco, bevor er seine Meinung ändern konnte. Was? Ein letztes Mal berührte er die Gravuren auf seinem Stab, bevor er ihn Potter gab. Es tat nicht so sehr weh, wie er erwartet hatte. Bist du taub, verdammt! Ich hab dir gesagt, du sollst gehen, wiederholte er. Bevor er den Entschluss fassen konnte, noch etwas Bedeutungsvolles zu sagen, hob Potter seinen Stab und packte ihn unsanft am Arm. Es fühlte sich an, als würde sein Körper in eine Million Stücke zerteilt und eine Sekunde später wieder zusammengesetzt werden, als er ins nasse Gras fiel. Potter landete direkt neben ihm, schwer atmend und zitternd. Dieser Bastard. Draco hatte ihm das Leben gerettet. Wie konnte er ihm das antun? Willst du, dass sie mich umbringen? Schick mich zurück! Draco versuchte nicht in Panik zu geraten. Es funktionierte nicht gut. Er besaß eine Lizenz, die mit dem Geld seiner Eltern gekauft wurde, aber ein einziger fehlgeschlagener Versuch war all seine Erfahrungen in Operieren. Potter musste ihn sofort zurückschicken. Natürlich nicht. Du wirst keinen Tag überleben, wenn Voldemort erfährt, was du gerade getan hast, rief Potter und zog damit die Aufmerksamkeit einiger in der Nähe stehender Muggel auf sich. Eine ältere Frau mit einem Gehstock flüsterte dem Mann neben ihr etwas zu und zeigte schamlos auf sie. Wo zum Teufel hatte Potter sie hingebracht? Obwohl die Sonne längst untergegangen war, wurde die Straße von Lampen erhellt und aus kleinen Geschäften leuchtete grelles Neonlicht. Er vermutete irgendwo in London, in einem Muggelgebiet. Ich kann meine Gedanken abschirmen. Snape hat es mir beigebracht. Potter holte Tiefluft und schüttelte unglaublich den Kopf. Warum machte er es ihm so schwer? Er verdankte Draco sein Leben. Das Mindeste, was er tun konnte, war, es den Gefallen zu erwidern. Er wird die Wahrheit herausfinden. Vertrau mir bitte, ich will dich nur beschützen. Draco war immer noch voller Adrenalin. Ohne einen einzigen Atemzug zu verschwenden, sprang er auf und versuchte Potter, seinen Zauberstab aus den zitternden Händen zu entreißen. Er würde es allein herausfinden. Aber Potter war schneller. Er konnte vor den Muggeln nicht zaubern, schaffte es aber trotzdem, ihn wegzustoßen. Draco hatte die Geduld lange verloren. Mit schnellen Schritten stürzte er sich auf ihn und packte energisch Potters Kragen. Ich wusste nicht, dass du dich so sehr um mich sorgst. Ein unkluger Spruch, wenn man bedachte, dass Draco gerade seine ganze Familie für ihn verraten hatte. Das könnte ich auch sagen, erwiderte Potter. Er durchbrach seinen Griff und stieß ihn endlich von sich. Draco war nach dem Apparieren noch immer schwindelig. Er verlor das Gleichgewicht, aber packte Potter noch am Handgelenk, sodass sie wieder auf den Boden stürzten. Alles in Ordnung, Kumpel, fragte ein großer Mann mit geflochtenem Haar und half Potter aufzustehen. Er sah Blaze ähnlich. Bei seiner Familiengeschichte würde es ihn nicht wundern, wenn das einer seiner heimlichen Halbbrüder wäre. Ja, tut mir leid, nichts Ernstes. Es sah aber ziemlich ernst aus, als dieser Verrückte dich angegriffen hat. Es dauerte peinlich lange, bis Draco begriff, dass er gemeint war. Konnten sich Muggel nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern? Offenbar nicht, denn Potters Verhalten machte jetzt viel mehr Sinn. Das ist nur ein Mitschüler. Er hat was getrunken, aber danke fürs Nachfragen. Ich weiß das zu schätzen. Der Mann wirkte nicht überzeugt, nickte aber. Es war zu spät, sich mit Fremden auseinanderzusetzen, die Hilfe offensichtlich verweigerten. Wieder allein wägte Draco seine Option ab. Der kalte Wind half ihm, sich zu beruhigen. Er musste sich konzentrieren. Erst vor wenigen Stunden war er gebeten worden, Harry Potter zu identifizieren, hatte die Schlüssel von seiner Tante bekommen und anstatt ihn zu foltern oder was auch immer Bellatrix im Sinn hatte, gab er Potter seinen Stab und befreite ihn. Er war am Arsch. Ich kann nicht zurück, sagte er nach einer langen Pause. Lass uns gehen, bevor sie was merken und anfange nach uns zu suchen. Ohne zu widersprechen, folgte Draco ihm. Die Straßen waren überfüllt, voller junger Leute, die vor dubios aussehenden Bars warteten. Niemand schien der starke Regen zu stören. Seltsam. Dracos Händ war völlig durchnässt und klebte unangenehm an seiner Brust. Er vermisste bereits den Luxus seines Zuhauses und wünschte sich sehnlichst eine heiße Dusche und einen Kleiderschrank voller sauberer, trockener Kleidung. Es war dumm, sich diese trivialen Dinge zu wünschen. Vielleicht würde er seine Familie nie wiedersehen. Er bezweifelte, dass sie ihn jemals wiedersehen wollten. Kann ich deinen Arm sehen? Draco hob die Augenbrauen. Eine seltsame Frage, aber sie holte ihn aus den unangenehmen Gedanken zurück. Er krempelte seinen Ärmel hoch, präsentierte den toten Kopf, der noch immer auf seiner blassen Haut brannte. Nicht das Mal. Ich meine, trägst du eine Uhr, Armbänder oder etwas in der Art? Nur das, antwortete Draco und zog den Familienring von seinem Finger. In der Nähe gibt es ein paar Pfandhäuser. Die haben die ganze Nacht geöffnet. Ich wusste nicht, dass du so gierig bist, Potter. War es nicht gut genug, dass ich gerade mein Leben ruiniert habe? Sie sollten sich nicht streiten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Potters Abwesenheit bemerkt wurde und seine eigene. Aber wie konnte Potter verlangen, dass er seinen einzigen verbliebenen Besitz an einen Muckel verkaufte? Es tut mir leid, sagte Potter mit einem schuldbewussten Gesichtsausdruck. Das war unerwartet. Ich bin dir sehr dankbar, Draco. Bitte denke nicht, dass ich es für selbstverständlich gehalten habe. Draco, fragte er, weil die Ernsthaftigkeit in Potters Augen zu viel war. Er senkte den Kopf, bevor er einen Fehler machte. Ist dir Malfoy lieber? Nein, hier, nimm ihn. Draco war schwach. Potter brauchte nur einmal seinen Namen zu sagen und die Wut war weg, genau wie sein Ring. Morgen würde sein Gesicht aus dem Stammbaum verbrannt werden. Er war eine Schande für den Namen Malfoy. Seine Vorfahren würden diesen Ring sowieso nicht an seinem Finger sehen wollen. Ein Hauch eines Lächelns fand sich auf Potters Gesicht und der Ring verschwand in seiner Tasche. Er hoffte, dass es das wert war. Sie kamen mit 2000 Pfund in Bar zurück, etwa 300 Galleonen, wie Potter erklärt hatte. Es war ein schlechtes Geschäft, aber der wahre Wert war den Augen eines Muggels verborgen. Was jetzt? Wir sollten erst mal auf Magie verzichten. Es ist zu gefährlich. Kann er dich aufspüren mit dem Mal? Wenn er das konnte, hatte er sich gerade sein eigenes Grab beschaufelt. Natürlich hatte ihn niemand über das dunkle Mal aufgeklärt, und darüber, was es bewirken konnte. Man hatte ihm nur gesagt, wie groß die Ehre war, es mit 16 Jahren zu erhalten. Ich glaube nicht. Lass uns einen Platz zum Schlafen suchen. Dafür hast du doch das Geld gebraucht, oder? Paddington ist nicht weit. Wir haben genug Geld, um Fragen zu vermeiden, antwortete Potter, als ob ihm der Name etwas sagen würde. Mit jedem Schritt wurde er sich seines frierenden Körpers bewusst, wie sich das Wasser in seinen Schuhen bewegte. Es würde nichts bringen, sie zu leeren. Nur ein paar Minuten und sie wären wieder durchnässt. Potter gehnte. Eine hässliche rote Uhr in der Nähe des Bahnhofs verriet, dass es fast drei Uhr morgens war. Draco war auch müde. Die Nacht schien endlos. Er sehnte sich nach dem nächsten Morgen. Er hielt den Stress nicht mehr lang aus. In jedem vorbeigehenden Muggel sah er eine potenzielle Bedrohung. Der dunkle Lord hatte seine Spione überall, und inzwischen mussten sie bemerkt haben, dass Potter verschwunden war. Draco verständ nicht, warum er so ruhig war. Vielleicht war er daran gewöhnt. Draco war es nicht. Nicht in diesem Sinne. Er sehnte sich nach den einfachen Tagen in der Schule, als seine einzigen Sorgen dem bevorstehenden Quidditch-Spiel galten. Ich habe es vermisst, mit dir Quidditch zu spielen. Die Worte verließen seinen Mund, bevor er die Chance hatte, sie zu stoppen. Er schob es auf die Müdigkeit. Ich habe auch an dich gedacht, sagte Potter, als ob er verstanden hätte, was Draco wirklich meinte. Eine nette Lüge. Er bezweifelte, dass Potter auch nur einen einzigen Gedanken an ihn verschwendet hatte, nicht so, wie er es tat. Trotzdem begannen seine Wangen zu brennen. Nicht einmal das Grauen, das er erlebt hatte, konnte seine ungewollten Gefühle zerstören. Wie wäre es mit dem hier? Potter deutete auf ein ziemlich schäbig aussehendes Gebäude, das schon von außen aussah, als sei es von Schimmel befallen. Bist du wirklich so blind ohne Brille? Es war als Beleidigung gemeint, aber Potter lächelte, ein echtes Lächeln. Draco wandte den Blick ab. Er hasste es, dass er ihn nach allem, was passiert war, immer noch wollte. Leider schon, dann such etwas aus. Die Straße war überfüllt mit alten Hotels, eines hässlicher als das andere, als wäre es ein Wettbewerb. Er sollte jetzt nicht wählerisch sein, es war nur eine Nacht und er sehnte sich nach Wärme. Ein beiges Haus mit einem eleganten Eingang erregte Dracos Aufmerksamkeit. Immer noch unter seinem Niveau, aber besser als Potters Vorschlag. Abgesehen von der gelangweilt aussehenden Frau, die an der Rezeption saß, war die Lobby leer. Sie reagierte nicht, als Draco nach einem Zimmer fragte. Zu sehr war sie auf den Katalog in ihren Händen konzentriert. Er warf Potter einen verärgerten Blick zu, der seine Frage in einem höflicheren Ton wiederholte. Entschuldigt, aber wir sind nicht diese Art von Etablissement, sagte sie mit einem herablassenden Lächeln. Ist das viel für Muggel? fragte Draco und zog ein paar rote Scheine aus seiner Tasche. Potter nickte. Dann hoffe ich, dass dieses verdammte Etablissement sein kann, was auch immer ich will, sagte er und hielt ihr das Geld entgegen. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich, als sie die Scheine zählte. Sie klimperte mit ihren langen, schwarzen Wimpern und verzog die geschminkten Lippen zu einer Grimasse, die wohl ein Lächeln darstellen sollte, ein beunruhigender Anblick. Natürlich, Sir, es war ein Missverständnis. Verzeihen Sie mir bitte, Sir, wie viele Nächte wollen Sie bleiben? Draco atmete erleichtert aus, als sie die Schlüssel bekamen und das Zimmer betraten. Endlich. Nur ein paar Stunden Schlaf und eine brennend heiße Dusche. Am nächsten Morgen konnte er sich wieder dem Selbstmitleid hingeben. Natürlich, Sir, es tut mir so leid, Sir. Gute Nacht, Sir, sagte Potter mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Sein Lachen war ansteckend. Draco gab sich dem Wahnsinn hin und schloss sich seinen unreifen Nachahmungen an. Er bereute seine Entscheidung nicht mehr, als er Potter dabei zusah, wie er die nassen Klamotten auszog. Zuerst die abgetragenen Turnschuhe, dann die Jacke. Es war unmöglich, den Blick zu senken, als Potter begann, die Knöpfe seines Hemmes zu öffnen. Draco starrte. Dessen war er sich bewusst. Den Kanal und mich kannst du durch Paypal, die Amazon Wishlist oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile, Geschenke und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana Deine Jana